Traumdeutung Traumdeutung Ein schöner Ring mit einem schönen Stein oder mit einem Edelstein. Viele Ringe mit verschiedenen Steinen. Alles was schön ist, eine tolle Farbe hat, eine tolle Form hat, was sie irgendwo finden oder in der Hand halten. Das sind ihre Talente. Verschiedene Talente, verschiedene Farben. Wenn sie diese Ringe verschenken, dann verschenken sie ihre Gaben im guten Sinne. Wenn der Traum positiv ist, wenn der Traum negativ ist, dann verzeiten sie sich. Wenn sie zum Beispiel zwei gleiche Ringe haben und einen Ring an eine Freundin verschenken, bedeutet das, dass sie mit irgendwelchem Talent dieser Freundin helfen können. Welche Hilfe das ist, wird sich zeigen. Aber sie sind für diesen Menschen wichtig. Sie haben eine Mission, diesen Menschen durch ihre Gaben zu helfen. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.